So, da sind wir wieder. Achso, wir konnten uns gegenseitig antworten. Ja, ja. Das ist nämlich, wenn du online spielst und keine Mikrofone hast. Hier, das waren diese merkwürdigen Zeichen, die wir, glaube ich, auf den alten Fernsehern nie gesehen haben. Aber ich meine, da wären auch mehr gewesen, oder? Oh, ich habe eine Ratte getötet und Geld bekommen. Du Unmensch. Die hatte Geld in sich, was? Was kann die arme Ratte dafür? Keine Ahnung. Da ist noch eine Ratte. Direkt unter dir. Ist okay, ist okay. Lass die Ratte in Ruhe. Wir brauchen kein Geld. Poffi, wie schnell du klettern kannst? Meine Fris. Du hast auch eine Pistole in der rechten Hand. Ich bin halt sportlich. Hast du schon mal bouldern? Ja. Das ist anstrengend. Ich nehme ruhig beide Munitionen. Warum? Ich habe nur 17 im Ersatz. Ich gehe mit meinem Bruder hin und wieder mal klettern. Mit deinem Bruder? Wenn wir dann keinen Bock mehr haben zu klettern, dann kouldern wir. Was heißt, kommt der gut klar? Verstehen wir uns gut? Oder meinst du, wir kommen beim Klettern gut klar? Nein. Ich verstehe euch gut, ja? Ja, wie das nun mal so ist mit jüngeren Geschwistern. Aber irgendwann kommt man in ein Alter, dann findet man sie weniger schrecklich. Ich erinnere mich ja nur noch daran, dass das mal sehr schrecklich war. So, nimmst du die Kraut noch? Ich habe mir jede Menge von diesen komischen Geschwistern. Dann misch das doch. Dann misch das doch. Rot und grün macht das Beste. So, jetzt kommt die berühmte Stelle, die auch Teil der Demo war damals. Anscheinend macht Capcom gute Demos. Was macht dein Bruder jetzt eigentlich? Der arbeitet in einem Industrieunternehmen. Hat er studiert? Er hat sein Fachabitur nebenher noch gemacht und ist jetzt da im Vertrieb halt tätig. Das ist cool. Ja. Hat er die Freundin? Ja, hat er diesen Moment auch bei uns zu Hause. Also jetzt in diesem Moment, meinst du, oder? Die Wundbeut gerade. Nein, also die... Nein, so war das nicht gewesen. Okay, ich habe einfach die Hoffnung, dass mein Bruder das hier niemals hören wird. Also von daher. Ich kann alles auspiepen. Und... Zum Glück hat er uns vorher die Waffen gegeben. Ja. Den Kerl, ich glaube, man braucht 40 oder 50 Schuss und den Kerl zu erledigen. Das ist eine riesige. Was tun wir? Wir sind das Maschinengewerben. Das ist ja hier. Ach, das ist hier schon. Genau, das ist hier vor dem Tor, gibt es rechts eine Kiste mit dem Maschinengewehr drin. Also einer nimmt das Maschinengewehr und der andere das Schaff... Äh, der, 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 der Schaffwinkler. Ich nehme das Maschinengewehr. Okay, du bist da. Du bist voll im Maschinengewehr. Das kannst das Achievement auch hier freischatten. Ähm, wir müssen uns jetzt super rekadieren. Ich nehme hier rechts hin. Ja, und das ist jetzt ein Survival-Mode praktisch. Also man muss die ganze Zeit hier überleben. Was der Name Survival ja schon auch sagt, aber... Naja, egal. Und, ähm, ich habe einen Haufen Munition. Hier ist noch... Also hier gibt es noch einen Haufen Munition. Jetzt haben wir aber genug Munition. Guck dir das mal an. Ja, wir spielen ja auch im relativ einfachen Modus. Ja. Hier unter den, ähm... Was waren das jetzt hier drin oder so? War auch welche? War auch die Melonen. Okay, jetzt muss man die erledigen. Kamen durch die Tür eigentlich auch welche? Oder nur durch die Fenster? Die kommen auch durch die Tür, aber ich kann den Kaffee nicht erledigen. Ich kann nicht... Ich habe nicht den Winkel dazu. Also die kommen entweder durch den Fenster links von uns, also da, wo du was davor gestellt hast, oder durch diese Tür hier. Ja, hier durch das Fenster kommen die schon. Habt die schon kaputt gemacht, den Schrank, oder was? Scheinbar. Okay, kümmerst du dich drum? Ja, ja. Bin dabei. Oh, habt ihr... Habt ihr gesehen, Schüler? Wer auch immer? Headshot? Und sie haben die Tür kaputt gemacht bei mir auch noch. Oh nein, oh nein, oh nein. Also. Keine Gewalt... Keine Gewaltbereiten. Ich spiele das sind alles Zombies, wie ihr seht. So explodieren keine menschlichen Köpfe. Ich habe dem in den Kopf geschockt und der ist wieder aufgestanden. Ja. Ist das normal? Oh nein, einer ist drin. Kriegst du einen Go? Ja, ja. Ich glaube, es gibt auch ein Achievement dafür, wenn jemand mit der Flasche nach dir wirft und du die Flasche auf den Weg abschießt, oder? Oder eins, dass du jemand mit einem Ei tötest, mit einem faulen Ei. Es gab auch irgendwas, dass du... Ich glaube, Pfeile mit einem Messer zurückschleuderst oder irgendwie sowas in den Dingen. War das witzig. Ich habe fast alle gehabt. Ich glaube, bei mir kommen keine mehr. Über uns haben, glaube ich, gleich solche raus. Okay, ich nehme das zurück mit der Munizio. Ich habe schon wieder voll wenig. Ah, da kommen sie. Ich bin übrigens auch schon welche drin, aber... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo bist du? Oh mein Gott. Wieso sind wir... Kann man hier raus? Ich springe jetzt hier raus. Und trete an. Und ich helfe dir. Bäm. Ja, das... Ja, das... Ja, das ist eine doppelte Ladebüche. Gott. Ja, erst mal das Geld... Wow. Der Kerl, der hat das Dicht aufgelöst. Nein, 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 nein. Ich bin wirklich. Jetzt hat man das ganze Geld an jetzt. Aber der Kerl ist hier drin, gell? Der Riese. Was? Ja. Kommst du klar? Ja, ja, ich mache das schon. Wo bist du eigentlich? Ich bin draußen. Was? Oh Gott, der hat... Hier samm ich doch. Er hat seinen Kuppel getötet. Das ist dir doch egal. Ich bin in dem Falschen draußen. Wo ist das Richtige draußen? Da und dann nach links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du? Er steht vor meinem Ausgang. Verflucht. Ich gucke jetzt auf deinen Bildschirm. Ich kann es nicht. Dafür sind bei mir keine Zombies. Ja, die sind alle bei mir. Wo bist du, verdammte Scheiße? Mach doch mal RB, dann weißt du, wo ich bin. Oder RT, so. Also hinten, ohne Ziel. Ah, da. Okay. Wenn man ein Heil-Item benutzt, während die anderen daneben stehen, dann halten wir noch beide, oder? Ja. Okay, der Kerr kommt auf mich zu. Ich glaube, der schlägt jetzt gleich in die Wand. Ich sammle alles einfach ein, was hier ist. Wow. Okay. Da ist er. Wo bist du? Ich bin irgendwo hier oben auf den Dächern. Ich sterbe. Du stirbst. Wo bist du? Okay. Ich kann dir nichts mehr machen. Kommst du runter? Lauf weg, lauf weg. Ich habe nicht gewusst, dass man... Wo bist du denn? Scheiße. Ich bin in dem Gebäude drin. Ach, du bist in dem Gebäude. Ich bin auf dem Gebäude. Ich bin tot. Nein. Okay, gut. Das habe ich vollkommen vergessen. Chris! Ich dachte, man könnte ein Highlighter benutzen, wenn es so rot wird. Hast du einen? Oh, das habe ich auch vergessen. Wenn man hier steht, gibt es einen speziellen Todes-Screen. Sie sind tot. Danke. Danke. Wow. Echt? Du, ich habe... Ja, das wurde nicht gespeichert. Ist okay. Ich kann die Waffe verkaufen. Ich habe ja... Okay. So. Ähm. Warum nehmen wir das nicht mit? Ach so. Ja, wir haben die Waffe verkaufen, dann ist die Munition da angekommen. Könntest du die mitnehmen? Oder so. Äh. Nicht verkaufen. Wir können ja auch praktisch unsere Waffen ja so upgraden. Irgendwie. Stimmt. Also hier verbessern. Äh. Ladekapazität auch nicht, Feuerkraft auch nicht. Ach so, das kann man alles erst nach dem ersten Level verbessern. Okay. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Okay. Jetzt gehen wir es hin. Ich würde sagen, wir rennen gleich raus, wenn der Typ die Wand kaputt haut. Ich denke, das wäre... Ja, bis dahin ist es ja eigentlich ganz gut gelaufen, ne? Dann gab es die Panik und dann sind wir in die falsche Richtung gekommen. Das sollst du noch nehmen. Ah, da stehen sie schon. Kau mal, du dich ruhig um deine geht, ne? Ja, da kommt aber ja noch keiner durch. Doch, da sind schon welche. Die Kekker kann ich hier gar nicht mal sehen. Manche von denen gehen ja jetzt sehr schnell runter, also... Oh, da kommen welche. Ich sage, ich beachte, dass so viele Gehter auf dem Screen sein können. Oh, was ist mit dir passiert? Ellbogenschuss. Okay. Ja, da ist ja noch nichts passiert. Da steht ein Kerl mitten im Raum. Oh, wo kommt der denn her? Ich habe nicht aufgepasst. Was? Nicht lachen. Plötzlich kam. Steckt ein Kerl im Raum. Boah, hast du hingeguckt? Ich habe bei deiner Seite mitgeholfen. Ach, davon habe ich nichts mitbekommen. Was hast du so gebrauchen könnten? Ein Maschinengewür. Aber wirklich. Wir rennen gleich sofort aufs Maschinengewür zu. Wo war das denn noch? Was ist hinten rechts? Ich glaube, wir mussten nur eine Zeit lang überleben, dann kamen die irgendwann und haben uns mit einem Hubschrauber oder so abgeholt. Ja, nee, dann kommt der mit dem Hubschrauber und schießt dann das Tor auf. Ach so, ja, stimmt. So, und jetzt liegt dann die Munition auf dem Boden. Ja, ja, die verlieren voll viel Munition. So, jetzt kommt der Kerl durch die Wand gleich und da oben, ja. Okay, bist du bereit? Lauf mir weg. Äh, noch nicht. Der eine Kerl ist noch nicht da. Wer denn jetzt das Tor aufschlägt hier. Ja, geh da weg vom Tor. Okay, jetzt an ihm vorbei. Okay, und jetzt weiter geradeaus. Und gleich rechts an den Ständen. Genau, wie rechts. Und jetzt links ist eine Kiste. Da hinten, ja. So, und hier gibt es auch Maschinengebär-Munition irgendwo ein paar auch mal. Okay, das war eine Granate. Hier ist Pistolen-Munition, falls du haben möchtest. Ja, gerade nicht. Du müsstest jetzt einfach nur überleben. Oh, du hast Maschinengebär-Munition gefunden. Es gibt hier noch ein paar Möglichkeiten, die ein bisschen auf Schach zu halten. Man kann hier so Trafos erwischen und so ein Zeug. Die wechsel ich nochmal. Die Waffe? Dein Menü oder... Ja, die Waffe ist natürlich in der Mitte bei dir. Da muss ich hingehören. Oh, der große Typ. Ist der da oben? Ja. Lauf! Ich bin hier im Haus und sammle Munition an für uns. Aber gut, dass der Kerl da oben ist. Und dass bei mir niemand ist, praktisch. Ich stehe die ganze Zeit im Haus und sammle Munition an. Hier ist niemand. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Okay, ich bin da. Wow! Ich weiß, wer der große Kerl ist. Ich schieße auf ihn, aber es hilft nicht. Natürlich schieße ich das nicht. Ich komme zu dir hoch. Das scheint die beste Alternative zu sein. Oh, oder auch nicht. Wo bist du? Okay. Ja, wir sind super. Wir sind Profis. So, hinter uns. Natürlich kommt der große Kerl rein. Ach, du Scheiße. Oh, ne. Ich habe den Kerl... Aufwärtshaken! Bam! Ich habe ihn im Uppercut verpasst. Gleich ist es soweit. Gleich haben wir es geschafft. Vorsicht, er kommt. Lauf! Was hast du denn gemacht, Adi? Ach, du Scheiße. Ich habe den einmal in den Kopf geschossen. Der ist fünf Meter nach hinten geflogen. Der kehrt wieder unten. Treten wir ihn. Schade, es ist zu spät. Ich glaube, wir könnten den sogar erledigen. Wir haben eine reelle Chance. Wie kommst du denn da rauf? Ich weiß nicht. So viel dazu. Lauf auf mich zu! Du musst mich retten! B oder so. Ja. Oh! Scheiße! Okay. Vergiss die Freunde. Bam! Lauf hier weg! Lauf! 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 Warte mal! Boah! Nicht gut funktioniert. Doch! Ich habe zwei Stück erledigt. Ja! Boah! Drei Mal hintereinander Kopfschuss! Eigentlich sollte ich den Preis bekommen. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Achso! 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 Ich bin ins Haus reingesprungen! Da oben war doch Munition! Wo war denn das Tor? Das Tor? Ja, wir müssen da ja auch nicht hin. Das Tor ist da, wo die das Maschinengewehr aufgesammelt haben. Eben. Ich lauf dir mal nach. Okay. Hier oben scheint kein Gehter hinzukommen. Doch! Was? Gut, dass du die erledigst. Ich sehe jetzt schon im Score nachher, dass du einen Haufen Punkte hast. Ich glaube kaum. Ich bin... Ich bin ein bisschen gierig. Da ist übrigens eine grüne Pflanze und irgendwas... Ja, ich kann nicht mehr einsam. Ich habe volles... Okay. Ich bin praktisch in der schlechtesten Position aller Zeiten. Nein, nein, nein! Kriegst du Sinn? Oh ja, ich mach das schon. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich bin hier unten! Ich bin hier unten. Okay. Geschafft! Ach du Scheiße! Dieser Kerl! Aber der eine Kerl ist weg. Der Henker, ja? Der war jetzt nicht dabei. Stand ja nicht da direkt, wo der Schuss auch abgesetzt wurde. Oh, ich habe gerade eine kurze Erinnerung an einen Bossgegner, den wir gleich noch antreffen werden. Echt? Ja. So! Oh! 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 Also... Hast du gut gemacht! Ja, aber... Gut. Am Anfang kann man niemals eigentlich überall A bekommen, ja? Zumal ich nachher ein Maschinengewehr hatte. Ja. Dann ist da nicht... Wenn du später mit Maschinengewehr spielst, ist da nicht irgendwie die Präzision gleich null? Hahaha! Wenn ich damit spiele, auf jeden Fall! Warum hast du Munition dafür? Achso, die wollte ich dir geben. Vielen Dank! Ach Gott, ich guck mal wie viel Munition hier ist! Äh... Handgranaten... Brandgranate bleibe ich noch... Hast du rotes Kraut? Äh... Ne. Auch nicht, okay. Du hast ja rotes Kraut, oder? Ne, das war... Damit habe ich dich geheilt. Danke! Wir können aber jetzt die Waffe upgraden. Ich scheinbar nicht. Jetzt nicht? Du hast einfach auf A gedrückt, oder? Warte mal! Lass mich das mal sehen. Kann ich etwa... Wenn ich jetzt hier das mache... Dann war ich erhöhe die Kapazität. Nein. Hä, was war das jetzt gerade? Also bei mir ist die nicht. Ich habe einfach auf Y gedruckt, um mir das anzuschauen. Aber bei mir ist die nicht... Kannst du mir mal die Waffe rüberreichen? Nein. Also geht auch nicht? Warte mal, was passiert, wenn du auf... Bewegen klickst? Oder Entfernen? Klick mal auf Entfernen. Genau. Kann ich hier unten hingehen, verbessern. Ja, aber das ist doch Quatsch. Warum das denn? Weil wir auf einem Account spielen. Haben wir das früher... Habe ich da mit meinem eigenen Account gespielt? Ja. Ja. Ich verbessere meine Waffe. Das ist lieferniert. Mit dem Geld, das ich habe. Das war schon. Das ist total bescheuert. Deswegen, wir teilen uns ja dann die Waffen. Haben wir da aber auch. Wir haben uns auch immer um das Maschinengewehr gestritten. Klar, weil du ja nur eins pro Spielstand kriegst. Aber danach kannst du es ja nicht mehr haben. Aber hier könntest du es mir zum Beispiel jetzt geben. Packt man das Maschinengewehr irgendwie unten hin oder rechts. Damit du es schnell auswählen kannst. Ja. Dafür geht dann das Gold auch an beide, glaube ich. Oder so in so einer Art. Egal. Werden wir sehen. Könnt sich eh nicht ändern. Haha. Du bist als Gast angemeldet. So. Wir sind fertig mit der Folge schon wieder. Möchtest du nicht unsere Zuschauer bis jetzt erst abschieben? Nein. Haha.